go herzlich willkommen zu let's play wo wie wir machen weiter wo wir zuerst aufgehört haben also geht es los wir sind wasch hier na genau alles klar die kiste und die krabelfleisch was habt ihr da hätte das was für eine überraschung wenn ihr hier eine zweifel an euren taugenhaftigkeit haben solltet dann schickt ihn einfach zu mir ich erzähle gerne jeden der hören möchte wie ihr mir in einer zwickmülle geholfen habt was würde ich nur ohne euch machen worgen ich mag es mir gar nicht einmal vorstellen das könnte da gedauern bis wir bis wir an die oberfläche aufbrechen können und ehrlich zu sein bin ich jetzt schon ganz schön erhungrig ich will ja gar nicht wiederum stellen aber es gibt nur sehr wenige meeresrechte die ich herunter bekomme also wenn ihr zufällig ein paar hummer findet würde ich euch ihre schwänze gerne mit allem was ich habe dein körper geht auch legen wir einfach mal die karten auf den tisch ich weiß was es heißt zu lieben wenn ich in all den jahren gelernt habe dass das die materialen wert werden der liebe länger andauern als die flammen der leidenschaft ich habe einige dieser geschenke zusammen gesammelt edelsteine rege als ketten und so weiter nicht trage sie immer bei mir zumindest habe ich das bisher getan als ich vom schiff geworfen wurde wurden alle meine wertsachen von den wellen gestreut hilft mir sie wiederzufinden ich werde euch euro für eure hilfe entlohnen die reisen sicher sein hallo machen wir mal ein bisschen platz im inventar schon mal für die alle so braucht ihr etwas der zündende funker man sieht sie mag mag ist immer noch bewusstlos und ich fürchte dass wir ihn verlieren wenn wir das feuer nicht in gang bringen da das holz feucht geworden ist brauchen wir einen speziellen zünder in der nebe findet sich ein verlassenes lager dort findet ihr ein fast mit sprengstoff alleine schaffen schaffe ich das nicht bis dorthin könnt ihr etwas für uns helfen schloppen für mag das muss ich nicht wahrnehmen okay ok 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 so hier soll irgendwo der sprengstoff sein uh 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 ok weiß zwar nicht warum ich dich töten muss aber am sommer machen wir mal die ganzen küsten ok ein bisschen weiter verstreut probieren wir heute mal was neues ok Das war's. Mein Begleiter ist scheiße in Agro halten. Wollen wir mal weiter diese Dinger suchen. Oh. Okay. Dann haben wir das jetzt, dann können wir uns jetzt drum kümmern um diese Dinger hier zu töten. Töten. Perfekt, jetzt brauchen wir nur noch das Schießpuffer. Wie konnte ich denn das nicht sehen? Gut. Gegrüßt. Ähm. Habt ihr den Sprengstoff aus dem Lager Goldjäger ausgezeichnet? Mal schauen, ob das für unsere Zwecke geeignet ist. Töte zurück. Okay, Drea. Nice. Braucht ihr etwas? Schönen Tag auch. Nun, Warga, konntet ihr meine Wertsachen finden? Oh, ihr habt sie gefunden? Ich war mir sicher, dass sie für immer verloren sind. Nimmt dies hier her. Ich hoffe, das ist eine ausreichende Belohnung. Ah, gute Hummer. Oh, bitte sag mir, dass ihr etwas zu essen habt für mich gefunden habt. Ui, das sind die größten und saftigsten Hummer-Scheinze, die ich je gesehen habe. Man sieht sich. Auf da an. Scheiß, habe ich nicht gelesen, ne? Äh. Wenn es eine Sache gibt, die ich nicht leiden kann, dann ist es Schlangen. Alle Schlangen, egal welche Art. Während ich da draußen nach wertbaren Teilen gesucht habe, habe ich ein Nest von diesen Seeschlangen um das nahegelegende Walk herum gesehen. Denn ich fürchte, fühle mich einfach nicht wohl bei den Gedanken, dass diese Schrecken beste sich jeden Moment hier reinschlingeln können. Bitte, Ega, unternimmt.